Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum Hardware-Check. Ich habe schon mal Strom rangemacht. Da seht ihr das, des Upscalers von Ligavo. Ich habe jetzt auch nicht wundern, dass hier schon voll das Karos hier unten ausgebrochen ist. Es ist hier, ich habe schon Kabel verlegt und so und das werden wir jetzt anschließen. Ich habe nämlich schon mal ein bisschen rum experimentiert damit. Das ist schon echt genial, das Ding. Wo haben wir das denn jetzt? Wo haben wir das denn jetzt? Wo haben wir das denn jetzt? Achso, ich habe ja noch meine Kabel hier dran. So, wir machen erstmal eine direkte Verbindung, würde ich sagen. Dass ich euch die verschiedenen Modi zeigen kann. Input, Output. Output. So. Erstmal möchte ich euch den Input zeigen. Ich habe auch schon versucht, euch das anders zu zeigen. Aber immer wenn ich das anders mache, dann sieht man nichts mehr auf dem Bildschirm. Und ich möchte ja, dass ihr die Kabelei seht, wattige Klemme und euch dann auf den Bildschirm zoomen. Ich nehme jetzt erstmal den Playstation Kabel. So, das ist jetzt der Playstation 4 Kabel. Da haben wir auch schon ein Bild. Und hier unten seht ihr, was grünet. Ich muss echt, das ist echt scheiße, dass man das nie sieht. Koffel, das wird jetzt nicht zu dunkel. Aber das ist das Einzige, was ich noch machen kann, dass ihr halbwegs was vernünftig sehen könnt. So, ich werde euch mal rumholen. So. Und mal ranzoomen. Dann könnt ihr das sehen. So. Ich drücke jetzt hier. Wir haben hier nämlich drei Knöpfe. So. Drei Knöpfe haben wir dran. Wir haben einmal Set. Mit Set, also S-E-T, stellen wir die verschiedenen Einstellungen ein. Mit Plus Minus haben wir sieben verschiedene Zoom-Funktionen. Das werde ich euch auch noch zeigen. Und dann haben wir noch DVI. So, ich zeige euch erstmal DVI. Dann passiert das. Ach nee, falsche Taste. So, DVI. Jetzt seht ihr in dem grünen steht jetzt, ja und hier mein Gerät sagt jetzt auch gleich wieder, dass kein 4K Unterstützung ist. Wir müssen dann wieder zurückschalten, weil das geht ja nun bis 1080p. Das heißt, wenn wir hier DVI einstellen, dann haben wir ein Output über unseren HDMI und hier hinten haben wir nochmal ein Klinke-Output für Sound. Also da hinten dran. Zack. Wir haben aber jetzt wieder HDMI eingeschalten. Das werdet ihr gleich sehen. So, und wir sind jetzt auf HDMI. Der sagt mir jetzt natürlich hier oben, sagt er mir den Input, haben wir 1080p 60 Hertz und Output habe ich jetzt 4K 60 Hertz. Das werde ich euch auch beweisen, indem ich jetzt mal hier oben um die Ecke gehe und ich drücke jetzt hier die Info-Taste an meiner Fernbedienung. Hoppala, da ist er schon. Mal gucken, dass ihr das auch vernünftig sehen könnt. Und dann seht ihr, wie er scheiße ist. Muss ich mal ranzoomen. So müsstet ihr das eventuell sehen können. Da seht ihr, dass ich habe 2160p mit 60 Hertz. So, und dass sich das auch verändert, zeige ich euch auch. Ich drücke jetzt einfach mal einmal den Knopf, dann müsste ich in 720p als nächstes kommen und die Info-Taste, ihr seht, 720p 60 Hertz. Aber wollen wir ja natürlich nicht. Ich schalte jetzt mit euch mal zusammen alles durch. Jetzt sind wir bei 1080p 60 Hertz. Und nochmal drauf gedrückt. 1000, äh, 2000, äh, also 4K 30 Hertz. Und jetzt drücken wir nochmal drauf. Und wir sind bei 4K 60 Hertz. So werde ich das auch lassen. So, ich werde euch auch mal kurz nochmal rauszoomen. Ich werde euch auch noch die entgegengesetzte Variante davon zeigen. Dafür habe ich jetzt schon mal den hier mit aufgebaut. Da werde ich nachher noch den Hardware-Check machen. Weil diesen Hardware-Check kann ich nicht ohne dieses Produkt jetzt machen, also um euch das zu zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier auf Eingang 1 mein Fernseher gemacht. Und auf Ausgang 1 mein Fernseher und auf Ausgang 2, wo geht der hin? Der geht in meinen Splitter hier. Weil damit will ich den Ton von meinem Amazon Fire TV abgreifen. So. Zack. Und der zeigt mir jetzt auf dem Fernseher, hier zeigt er mir, was Input und was Output ist, an. Logischerweise. Da ich den Fire TV mit dem HDMI Splitter 1 zu 2 30 800 01 auf dem ersten Ausgang den Fernseher gemacht habe, der 4K fähig ist, ist automatisch der zweite Ausgang auch 4K. Und der 4K geht jetzt hier rein. Ich werde euch mal ranzoomen, dann könnt ihr das jetzt gleich sehen. Da müsst ihr euch jetzt gleich nicht wundern, da steht gleich was ganz komisches da. Ich bin auf 4K definitiv. Aber, wenn wir jetzt hier gucken, Input haben wir jetzt 1080p, was ich zu 720p 60Rz mache. Ich mache mal gleich weiter. Und jetzt bin ich bei einem Input von 1080p 60Rz und 4K Ausgabe. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum 4K, das ist ja, warum zeigt er mir hier nicht 4K Auflösung an. Die 4K Auflösung ist nur in bestimmten Situationen, bestimmten Filmen und das ganze Grundmenü der Fire TV Box ist in 1080p. Das werdet ihr gleich sehen. Ich werde jetzt hier den Film einfach mal sagen, fortsetzen. Dann steht für Ultra HD Wiedergabe wird vorbereitet. Da drücken wir auch gleich mal Pause. Und dann habe ich hier unten gleich, so, werdet ihr da gleich sehen. So, da habe ich jetzt einen Input von 3840 zu 1160 und das wollen wir jetzt, so, das mache ich jetzt zu 4K, 2K, 30Rz, 60Rz. Und jetzt können wir auch, könnt ihr gleich sehen, zack, bumm, ein 4K Bild in 720p. Dass wir 720p haben, das kann ich euch auch oben am Hand des Fernsees zeigen. Und zwar die Infotaste, da steht es, dass ich 720p 60Rz habe. So, gehe ich mal raus. Und, und selbst das Menü ist 720p 60Rz. Ich zoome mal raus. So, und wenn ich jetzt den Film fortführen sage, sagt er trotzdem, Ultra HD Wiedergabe wird vorbereitet. Und der Film wird mir in Ultra HD wiedergegeben. Zack. So, also mit diesem Upscaler, ich muss den mal nochmal abmachen, dass ich euch den zeigen kann. Mit diesem, äh, äh, ja, Upscaler, Converter. Mit diesem können wir dann praktisch hoch und runter regeln. Wir können, uah, uah, wir können ein Full HD Bild in 4K umwandeln. Wir können aber auch ein 4K Bild in 1080p 60Rz umwandeln. Warum sollten wir sowas machen? Ähm, ja klar. Gute Frage. Runterskalieren ist ganz wichtig für die neuen Produkte. Technisa zum Beispiel bringt jetzt Receiver auf den Markt, die gleich in 4K ausstrahlen. Ja, was ist, wenn wir ein 4K-fähiges Gerät haben, was 4K ausstrahlt, was unser Fernseher aber nicht wiedergeben kann, weil er HD, Full HD oder HD Ready ist. Was macht man dann? Kann man kein Bild. Einfach dieses dazwischen hier klemmt und er regelt euch das Bild runter. Also ihr könnt es selber separat einstellen auf die gewünschte Frequenz und das, was ihr wollt. Warum sollten wir hochrechnen? Ganz klar, um ein 700, wenn der Fernseher jetzt 4K hat, aber nicht eigenständig hochrechnet. Einige machen es nicht. Die rechnen nicht eigenständig gut hoch und geben dann halt in etwas milchiges, schlechtes, verpixeltes Bild ab. Selbst da können wir dann hiermit in die jeweilige Auflösung hochskalieren, beziehungsweise auch runterskalieren und haben ein besseres Bild dadurch. Und ein ausgefülltes Bild dadurch. Bei manchen Fernseher, wenn man dann ein 1080p-Bild hat, dann ist der 1080p in der Mitte vom Fernseher, links und rechts oben unten schwarzen Balken. Und man kann nicht selber nachjustieren. Hier haben wir eine Zoom-Funktion. Wir können auch gleich sagen 1080p, 4K und dann ist es auch in der Größe für den Fernseher. Deswegen sollten wir das machen. Ich werde es dazwischen klemmen, zwischen meinem 6 zu 2 Matrix und dem Fernseher. Das werde ich euch nachher noch zeigen, wie denn meine Verkabelung in Zukunft aussehen wird in einem separaten Video. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ahoi! Sagt euer Odin. Sagt euer Odin.